Eine Gebärmutterspiegelung führt man dann durch, wenn man den Verdacht hat, dass Erkrankungen der Gebärmutterhöhle, der Gebärmutterschleimhaut oder der Gebärmuttermuskulatur vorliegen. Dabei wird der Gebärmutterhals etwas aufgedehnt, um dann mit einer nur 5 mm großen Kamera in die Gebärmutterhöhle einzugehen, um dort womögliche Erkrankungen zu diagnostizieren. Untertitelung des ZDF, 2020